Alle Systeme laufen, aber wir sollten zurück zur Halle der Helden. Hey, Ratchet, wo bist du hin? Dein Training beginnt doch in ein paar Minuten. Das ist mir leid, Brax. Clank und ich hatten, ähm, Schiffsprobleme. Offenbar sind noch ein paar Blak in der Stadt. Wir müssen sie bei der Überprüfung der Gegend übersehen haben. Brax, sieh lieber in der Halle der Helden nach. Nicht, dass sie dort hineingelangt sind. Verstanden. In der Zwischenzeit gibt es einen Freund ganz in deiner Nähe, der dir helfen kann. Er heißt Al. Ich wollte euch erst nach dem Training bekannt machen, aber die Gelegenheit ist günstig. Finde ihn und bitte ihn, Clank aufzurüsten. Wenn es für die Schutztruppen ist, macht er es vielleicht umsonst. Ist das der Holokartentyp? Ja, von dem haben wir gehört. Hier ist Captain Paul. Ich gebe dir Rückendeckung. Gern geschehen. Noch mehr von denen. Noch mehr von denen. Noch mehr von denen. Mit dir? Ja. Das wird das Mannschaft. Nachdem er sichert. Das ist das. Ich habe die Schutztruppe. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh je, keine Munizio mehr Ich urte weitere Blanken in der Nähe Haltet die Augen offen Der Lombax und die Blechbüchse könnten überall sein Achtung, noch mehr Blanken Ich weiß, wenn ihr an mich denkt, denke ich an Macht Hey Ratchet, bist du schon bei Al? Schon fast da Wer ist da draußen? Biss ich nicht dazu, die Gesetzesüter zu rufen Ich muss die Kontrolle weglegen Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Du musst Big L sein. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Clank. Das ist Ratchet. Ja, jeder Freund von Cora ist doch mein Freund. Sie und ich haben so eine, sollen wir nun oder sollen wir nicht, Romanze am Laufen. Aha. Rauf auf meine Bergbank. Gleich ist alles in Butter. Nur das Sisterboard neu anbringen, den Datenanschluss verbinden und... Tadaa. Probier's aus. Seht gut aus, Kumpel.